Musik Es war mir ganz besonders, dass wir heute den 200. Tutgut-Schritteweg hier in Zwingtendorf eröffnen haben dürfen. Viele Menschen sind heute bei herrlichem Wetter gekommen, um zum einen die große Route mit 9000 Schritten, zum anderen die kleine Route mit 3700 Schritten bewältigen zu können. Das alles dient nur, um das Gesundheitsbewusstsein in der Gemeinde zu stärken. Und das passiert hier und ich freue mich schon auf einen wunderschönen Tag. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.